wenn ich jetzt was krasses ziehe ich komme auch tagsüber live und zock fifa wenn ich jetzt was krasses ziehe ich komme auch tagsüber live und zock fifa Hallo? Ja, ja. Auf geht's. Wokau! Wokau! Oh, da ist ja wirklich da Wokau. Euer Vagina. Nein. Wie die Ganona. Da pisse ich. Ich hab gedacht... Oh! Bruh. Geht! Ist gut. Geht. Katastrophe. Ey. Der sieht gut aus. Warum will den Penner keiner haben? Der ist unbeweglich Schrott. Verpisst euch. Kein Wichser. Auf geht's. Hey, geht's! Pid do porno ist okay. Der ist okay. Der Rest wie kacke. Verpisst dich. Verpisst dich. Verpisst dich. Verpisst dich. Verpisst dich. Ey! Ja! Das ist so Baba! Wahler Workout! Lauf! Sehr gut! Davon rede ich, Chat! Davon rede ich! Verstehst du? Davon rede ich! Donnarumma, Alter! Ich hab doch eine Zeile sogar den gerappt, Bruder! Last Man Standing, so wie irgend sowas! Ich hab schon vergessen, Digga, ja? Alla Donnarumma, davon rede ich, Digga! Baba! Ist der Erste, der ein bisschen Geld bringt, glaube ich! Was kostet der, Chat? Hilf mir! Oh, Marokko! Hakimi! Hallo, Bruder! Wer ist der Haschmarock, Digga, ja? Oh, 1000 Coins, okay! Bruder, Chat, ich denk, ich hab ganz andere Dinge, ja? Prioritäten! Mein Starterteam muss Ronaldinho sein und so! Ich hab Donnarumma nur da, weil ich so den chill, weißt du? Ey! Ha! Brand! Hä? Walla! Moloko! Moloko ist krass, Digga, ja? Moloko ist krass, Bruder! Was kostet der? Was kostet der? Penner! Land! Verpiss dich, Mario! Kannst gar nicht kicken, Digga! Ey, Walla! Ich zieh gute Sachen! Saul! Geht! Saul ist nicht so gut, glaube ich! Ne, Penner, Digga! 600, 700 Coins, verpiss dich! Das ist besser! Ich zieh nur Top-Vereine! Ich glaub, dieses Jahr EA meint's gut mit mir, Digga! Wirklich! Walkout! Ich zieh nur Top-Vereine! Ich glaub, dieses Jahr EA meint's gut mit mir, Digga! Wirklich! Pazak, Dios! Ich hab dich! Wajau! To wat? Ich schuhe kurage! Wajau! Murphy! Eeeeh! 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 Cahal! Schwer auf meine Mutter, Karl 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 Hamed soll, ja, warte Da ist er, okay, ich komm bei Ihnen Ey, komm, wir machen Boah, komm, wir machen, Hamed Schauen wir machen? Ja, die nächsten 20 Facts Oder bis der nächste Walkout kommt, der den höchsten hat Nein, 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 wir machen Bis 1.30, 15 Minuten dann einfach 15 Minuten? Ja, auch bei den teureren deiner Ratte Den teureren, okay Nicht mit dem höchsten Rating Und der Verlierer, ne, und der Verlierer Gibt dem Gewinner 100 Euro Ja, okay, Paypal geht auch Okay, Paypal geht auch, okay Also willst du auch Paypal oder bist du Sub? Ja, ich will auch Paypal, ne, ich will Sub, weil ich denke an meine Community So Ja, okay, Ehremann, Digga, ey, ich bin Hundesum Und er ist Ehremann, okay Aber machen wir mit dem höchsten Rating, Hamed, okay Nein, nein, Bewertung, äh, also Preis ist viel cooler Meinst du? Ja, du kannst doch irgendeine Frau ziehen, die 87 hat, die keiner zog Und du kannst einen Rashford ziehen Den hat der mit Rashford gewonnen Ja, ich hab keine Ahnung, was die Player kosten Ja, unser Chat sagt schon Du kannst mir sagen, ich sag eh ehrlich Okay, okay, auf geht's Okay, bist du ready? Ich bin ready Dann jetzt bis 31, los geht's Los geht's, Digga 100 Euro, 100 Euro Backpacking Ja, ich hab eh verloren, Digga Lass dich so denken, Bruder Aber warum putzen? Ja, was wollen wir, was wollen wir Kommen wir uns wieder, oder nicht? Äh? Warum sieht das wirklich so komisch aus? Der letzte Fall Äh? Jaaa 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 Jaa Alter, haben wir jetzt, Bruder? Ich hab dich auseinandergenommen. Ich hab dich gefickt, Digga. Ey, jetzt kommt's. Deiner kostet ein Kano mehr. Nie im Leben. Ja. Nie im Leben. Nur ein Kano mehr. Bruder, schick rüber sofort, Digga. Oh mein Gott, ich zieh einfach Cristiano Ronaldo, Digga. Digga, in der letzten Minute, Bruder, was ist das? Oh mein Gott. Digga. Oh mein Gott. Ich hab Hamed auseinandergenommen. Bruder. Digga, geisteskrank. Ich liebe diese Stille. Hört ihr die? Die ist geisteskrank, Trillis. Wie schön. Aber ey, Bruder, ausgerechnet. Ich zieh Cristiano. Gut, ey.